Es freut mich, dass ich heute etwas über die Botschaften der Elohim an die Menschheit berichten kann. Das heißt, die Botschaften vorstellen kann. Es ist aber eine Auswahl von Gedanken zu den Botschaften. Die Botschaften sind ja sehr umfangreich und das würde viel zu lange dauern. Ich kenne die Botschaften schon seit circa dreieinhalb Jahren. Und da macht man sich natürlich auch Gedanken darüber. Ich möchte im Wesentlichen einmal über Folgendes sprechen. Also in Punkt 1 der Vorstellung der Botschaften. Wann ist die erste Botschaft übermittelt worden? Dann über die Entstehung des Lebens auf der Erde. Dann über die Evolution, die ein Fehler der Wissenschaft oder ein Irrtum der Wissenschaft ist. Und auch über Fakten, die gegen die Evolution sprechen. Und zwar Fakten von unseren Wissenschaftlern. So, da komme ich auch gleich zum Datum der Übermittlung. Am 13. Dezember 1973 ist das passiert. Und zwar im Zentralmassiv von Frankreich in einem Vulkankrater namens Puy de la Solar. Dem französischen Motorsportjournalisten Claude Vanillot, er war damals 27 Jahre alt, wird die erste Botschaft von einem Eloha diktiert. Eloha ist die Einzahl von Elohim. Darauf werde ich gleich eingehen. An sechs aufeinanderfolgenden Tagen wurde ihm jeweils eine Stunde lang die Botschaft diktiert. Daraus ist das erste Buch von Claude Vanillot, das Buch, das die Wahrheit sagt, entstanden. Elohim Habe ich schon erwähnt, wurde in der Bibel immer falsch mit Gott übersetzt. Es heißt nämlich in Wahrheit, da es aus dem Althebräischen kommt, die vom Himmel gekommenen. Die Elohim sind eine außerirdische Zivilisation, die 25.000 Jahre technischen und wissenschaftlichen Vorsprung haben. Mittels Gentechnik wurde alles Leben auf der Erde erschaffen, auch der Mensch. Und zwar in wissenschaftlichen Laboratorien, die auf der Erde errichtet wurden. Und zwar vor ca. 22.000 Jahren. Der Mensch ist vor ca. 13.000 Jahren entstanden. Das heißt, dass die Erschaffung der Lebewesen, der Tiere und Pflanzen ca. 9.000 Jahre gedauert hat. Und so, wie in der Bibel berichtet, hat es Adam und Eva im Paradies wirklich gegeben. Dies wird ja in der Bibel genau geschildert und quasi dokumentiert. Unsere Wissenschaftler behaupten, der Mensch ist viel älter. Die Datierungsmethoden unserer Wissenschaftler sind aber falsch. Die Methoden, die dort eingesetzt werden, setzen eine Konstanz der radioaktiven Zerfallsraten voraus, was durch nichts gesichert ist. Diese Methoden der Datierung werden jetzt schon von renommierten Wissenschaftlern angezweifelt. Nach einer Sonneneruption kam es auch nachweislich zu einer Verringerung der Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops C14. Daher ist die Annahme einer konstanten Zerfallsrate schlicht und einfach unwissenschaftlich. Man weiß es halt nicht besser. Oder man hat es bisher nicht besser gewusst. Daher kann man schließen, Evolution ist nur eine fragwürdige Theorie oder nicht einmal das. Es ist eine Hypothese. Es gibt keine Beweise dafür. Die Evolution wurde als Gegengewicht zur göttlichen Genesis, wie in der Bibel beschrieben, aufgebaut. Darwin hat selbst nicht an seine Theorie geglaubt, wurde aber als Gegengewicht gegen den Glauben gefeiert, gegen die Macht der damaligen Religionsvertreter. Die Erkenntnisse unserer Wissenschaftler sind Es gibt eine Mikroevolution, das heißt geringfügige Anpassung eines Lebewesens an geänderte Umweltbedingungen. Diese Mikroevolution wurde von den Elohim natürlich so im Genom programmiert, damit die Lebensfähigkeit steigt. Es gibt aber keine Makroevolution, das heißt die Entstehung neuer Arten durch Mutation. Neueste Erkenntnisse sagen, nur eine gleichzeitig stattfindende, künstlich herbeigeführte Mutation mittels der Genschere an vielen Stellen der DNS generiert etwas Neues. Dies ist aber extrem unwahrscheinlich und kommt in Milliarden Jahren nicht einmal vor. Die Wahrscheinlichkeit konnte berechnet werden von den Informatikern. Unsere Wissenschaftler berechnen das Alter des Universums mit 13 Milliarden Jahren, was eigentlich ein Unsinn ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine positive Mutation liegt sogar über dieser Zeitspanne. Außerdem, kein einziger Versuch im Labor konnte eine positive Mutation erbringen, nur Degeneration. Da ist das Fruchtfliegen-Experiment das Wichtigste. Es gibt auch keine chemische Evolution. Es gibt keine Entstehung von Aminosäuren und einfachen Lebensbausteinen aus der Ursuppe. Dies konnte nicht nachgewiesen werden. Alle Versuche schlagen immer fehl. Es gibt auch keine Selbstorganisation der Materie, nur in sehr geringem Ausmaß bei bestimmten katalytischen Prozessen, die aber nichts für die Evolution beitragen. Es gibt also die langen Zeiträume für etwaige positive Mutationen und Selektionen, hat es nie gegeben. Da die Datierungsmethoden eben falsche Zeiträume liefern, die C14-Methode und andere Methoden, die die Halbwertszeit von radioaktiven Substanzen benutzen, sind falsch. Tiere und Pflanzen sind schön und ästhetisch gebaut, da die Elohim ihre Künstler bei der Erschaffung der Lebewesen beizogen. Für Schönheit gibt es in der Evolution keine Erklärung. Sie ist nicht notwendig. Die DNS, unser Genom, ist ein gewaltiger Speicher, der zig Milliarden von Büchern speichern kann. Information kann nicht durch Zufall entstehen, sondern immer nur durch einen entsprechenden Programmierer, der die Information kodiert. Ein durch Zufall entstandenes Genom ist absoluter Unsinn, sagen uns die Informatiker in aktuellen Publikationen. Und da ich auch etwas davon verstehe, weil ich auch Informatiker bin, kann ich das nur bekräftigen. Das Ergebnis der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist, die Evolutionstheorie wird von vielen renommierten Wissenschaftlern angezweifelt. Sie fordern eine komplette Überprüfung der Fakten. Eine Eintragung in die Liste der kritischen Wissenschaftler ist möglich. So, jetzt zum Punkt 2 der Vorstellung der Botschaften. Da möchte ich das Deodizee-Problem ansprechen. Außerdem, wer ist der Gott, der in der Bibel steht? Etwas über Atombomben und warum die Elohim nicht direkt eingreifen. Im Deodizee-Problem geht es konkret um die Frage, warum ein Gott oder Christus das Leiden zulässt, wenn er doch die Omnipotenz, das heißt die Allmacht, und den Willen, das heißt die Güte, besitzen müsste, das Leid zu verhindern. Skeptische Philosophen der griechischen Antike argumentierten schon, dass Gott, wenn er existierte, in der Tat übel verhindern müsste. Diese Argumentationen führen unweigerlich zu Agnosticismus oder Atheismus. Eine prägnante, oft zitierte, philosophische Formulierung der Theodizee lautet, Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Das Theodizee-Problem wird durch die Botschaft der Elohim gelöst. Es gibt eben keinen Gott, denn es waren sie selbst die Elohim, die die Menschen und alles Leben erschaffen haben. Die Elohim sind nicht allmächtig, daher erübrigt sich die Frage nach dem Sinn des Leidens. Die Menschen wurden überdies mit einem freien Willen erschaffen und tragen deshalb die Verantwortung für ihre Taten. Daher ist der Glaube an Gott ein primitiver Unsinn, wobei primitiv nicht im schlechten Sinn gemeint ist. Im Gegenteil, primitiv heißt ja anfänglich. Man fängt damit an, wenn man nicht mehr weiß. Also ein anfänglicher Unsinn. Auch die Elohim waren in ihrer Geschichte einmal gottgläubig. Das ist ein natürlicher Prozess in der Weiterentwicklung einer Spezies. Aber ein durch Wissenschaft aufgeklärtes Individuum sollte erkennen können, dass es keinen Gott geben kann. Insofern ist es nicht zu verstehen, dass immer noch sehr viele Menschen an einen Gott, wo immer er sein mag, glauben. Wer war also Gott in den alten Schriften? Auf keinen Fall die Elohim, sondern der damalige Leiter der wissenschaftlichen Teams, die alles Leben auf der Erde erschaffen haben. Sein Name ist Yahweh. Steht sehr oft in der Bibel. Er ist der Vorsitzende des Rates der ewigen und Oberhaupt der Zivilisation der Elohim auf ihrem Planeten. Denn Yahweh hat sich den primitiven Menschen als Gott zu erkennen gegeben. Zu gewaltig waren seine technischen und sonstigen Möglichkeiten, als dass ein einfacher, ungebildeter Mensch irgendetwas davon verstanden hätte. Yahweh hat ausdrücklich erklärt, dass er uns nun auf Augenhöhe begegnen will. Wir haben die Wissenschaft entdeckt und sollten nicht mehr an alten Mystizismus glauben, zu der auch der Gottglaube gehört. Warum hat Yahweh uns die Botschaft übermittelt? Um einen drohenden Untergang der Menschheit durch die Entdeckung der Atomkraft und deren Verwendung in Form von Atombomben zu verhindern. Der Mensch ist heute zwar technisch, heute zwar wissenschaftlich sehr weit, aber gesellschaftlich und politisch noch im Mittelalter. Warum greift Yahweh dann nicht direkt ein? Die Menschheit muss erst noch beweisen, dass sie friedlich und harmonisch zusammenleben kann. Eine aggressive Menschheit wird sich selbst auslöschen. Das ist ein unumstößliches Gesetz im Universum. So, nun zu einem weiteren Punkt in der Vorstellung der Botschaften. Es geht um die Urknalltheorie, die ja so favorisiert wird. Und ich möchte auch Fakten gegen den Urknall bringen und das, was die Elohim herausgefunden haben. Unsere Wissenschaftler behaupten, nicht alle, aber doch viele, das Universum ist durch einen sogenannten Urknall entstanden. Damit wurde der Einfluss von Gott von der Wissenschaft elegant vor oder in den Urknall verschoben, also in eine Zeit, die sich kein Mensch mehr vorstellen kann. Die Urknalltheorie ist wieder nur eine Theorie. Auch diese Theorie wird von heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen massiv in Frage gestellt. Ein paar Beispiele. Magnetische Monopole, das sind Teilchen mit einer magnetischen Ladung, also keiner elektrischen, sondern einer magnetischen Ladung. Diese Teilchen sollten nach der Urknalltheorie in Massen vorhanden sein. Das heißt, die Urknalltheorie funktioniert nicht ohne magnetische Monopole. Genau diese Teilchen konnten bis jetzt nicht gefunden werden. Das ist schon sehr seltsam, da man ja massiv danach gesucht hat und weiter danach sucht. Die Dichte des frühen Universums müsste sehr genau abgestimmt gewesen sein, und zwar im Verhältnis 1 zu 10 hoch 60. Das ist eine Zahl mit 60 Nullen. Diese genaue Abstimmung ist notwendig, um die derzeitige Balance zwischen offenem und geschlossenem Universum erklären zu können. Die Annahme einer dergenauen Abstimmung ist schlicht und einfach unwissenschaftlich. Im Universum ist die Materie nicht gleichförmig verteilt, sondern in Galaxien, Galaxienhaufen etc. und sehr großen Strukturen zusammengeklumpt. Dies widerspricht ebenfalls den fundamentalen Aspekten der Urknalltheorie. Die Urknalltheorie prognostiziert die dunkle Energie und die dunkle Materie. Und sie hängt sogar von deren Existenz ab. Keine dunkle Energie und dunkle Materie, kein Urknall. Beide, muss man schon sagen, Mystizismen, dunkle Energie und Materie, konnten bisher nicht gefunden werden. Sie wurden sozusagen erfunden, um die Urknalltheorie abzusichern. Die Urknalltheorie verletzt außerdem das Gesetz der Entropie, das besagt, dass alles zur Unordnung strebt. Das heißt, Ordnung löst sich mit der Zeit auf. Und die Modelle eines statischen Universums passen viel besser zu den beobachteten Daten. Diese Modelle brauchen keine oder nur sehr wenige Parameter für die Anpassung an die Daten. Und was sagt uns die Botschaft der Außerirdischen? Das Universum ist unendlich in Raum und Zeit. Auch wenn dies ein Mensch nicht verstehen kann, auch die Elohim können es nicht verstehen, so ist es doch wissenschaftlich abgesichert, natürlich von den Elohim, die uns 25.000 Jahre voraus sind und das Universum bereist haben. Es hat nie einen Urknall gegeben, was ja auch viele Wissenschaftler der Erde gefunden haben. Und das Universum ist im wahrsten Sinn des Wortes ewig. Nur weil der Mensch ein Gehirn mit physikalischen Grenzen hat, muss das Universum nicht begrenzt sein. Warum glaubt nun jeder an den Urknall? Warum ist Kritik an der Urknalltheorie verpönt? Es geht nicht darum, was wahr ist. Es geht darum, was die Bildungs- und Regierungsbehörden sagen. Wir sollen es glauben und sagen, dass dies wahr ist. Infolgedessen haben fast alle Professoren und Wissenschaftler zu viel Angst davor, aus ihren Gemeinschaften ausgegrenzt zu werden und ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie sich gegen die vorherrschenden Meinungen wenden. Da gibt es Folgendes zu erzählen. Der Professor, der die theoretische Physikprüfung bei mir abgenommen hat, Professor Pitschmann, ist ja Ordinarius der theoretischen Physik auf der Universität Wien gewesen, hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel Mythos Urknall. Und er bezweifelt sehr stark, dass da irgendetwas physikalisch Relevantes in der Urknalltheorie vorhanden ist. Er sagt, dass die Urknalltheorie viele physikalische Prinzipien verletzt. Dieses Buch habe ich mir jetzt bestellt und bin dabei, es zu lesen. Das heißt, Wissenschaftler, die eine Stellung haben, aus der man sie nicht so leicht herausbekommt, die wenden sich sehr wohl gegen die Urknalltheorie. Aber die große Menge an Wissenschaftlern ist natürlich dafür. Es geht also wieder einmal um den Glauben, um das Nichtwissen, um das Nichthinterfragen, um das Nichtdenken. Ein Mensch, der glaubt, ist viel leichter steuerbar. Die Elohim sagen uns, wir sollen nicht glauben, weil dies eine primitive Denkweise ist. Besser ist es, unabhängige Wissenschaft zu betreiben und kritisch alles zu hinterfragen, auch die Theorien der Wissenschaftler. Das hat Professor Pitschmann auch immer gesagt. Er war sehr offen in dieser Hinsicht und sehr kritisch. Ein Fazit kann man ziehen. Die derzeitige Wissenschaftsgläubigkeit ist nichts anderes als Gottgläubigkeit bzw. hat den Glauben an Gott ersetzt. Diese neue Art von Glauben ist genauso gefährlich und primitiv wie der Glaube an Gott. So, jetzt zum Punkt 4 der Vorstellung der Botschaften. Was ist nach dieser ersten Begegnung passiert? Ich möchte kurz über die zweite Begegnung berichten, dann über das ewige Leben, die gigantische Maschine, die Leben erzeugt und über biologische Roboter. Am 7. Oktober 1975 ist es zu einer zweiten Begegnung mit dem außerirdischen Jahwe gekommen. Claude Vanillot, der nun auf Wunsch der Elohim Rael genannt wird, wird dabei mit einem Raumschiff zum Planeten der Ewigen mitgenommen. Dort trifft er die noch lebenden Propheten und zwar die bekanntesten und repräsentativsten, also Moses, Jesus, Buddha, Mohammed etc. Außerdem leben auf diesem Planeten über 8000 Menschen und 700 Elohim, die dem Rat der Ewigen angehören. Es kommt zur Vorführung einer gigantischen Maschine, die es ermöglicht, einen Menschen auf Basis einer vorhandenen DNS oder eines Fotos wieder zu erschaffen. Die DNS ist notwendig, um den Menschen mit allen Persönlichkeitseigenschaften und seinen Erinnerungen sozusagen wieder zu erwecken. Ein Foto schafft das natürlich nicht. Das ewige Leben ist also möglich, aber nicht durch mystische Aktionen eines Gottes, sondern durch Verwendung einer technisch weit fortgeschrittenen Apparatur. Jahwe ist ein perfektes Beispiel dafür. Er wurde 25 Mal aus seiner DNS wieder erschaffen. Da die Lebenszeit eines Eloha durch einen medizinischen Eingriff bis zu 1000 Jahre dauert, ist Jahwe derzeit 25.000 Jahre alt. Die Elohim erzeugen durch diese Maschine auch biologische Roboter in Menschengestalt. Diese Roboter sorgen auf dem Planeten der Ewigen für paradiesische Zustände. Es ist keine Arbeit notwendig. Jeder kann sich frei entfalten. Die Elohim machen uns in der Botschaft auch darauf aufmerksam, dass wir auf der Erde selbst ein Paradies erschaffen könnten. Notwendig sind dabei dabei sind im Wesentlichen die Überwindung der Aggressivität, um mit den anderen Zivilisationen im Universum Kontakt aufnehmen zu können. Ohne Frieden und Harmonie wird es keinen Kontakt geben, außer mit den Elohim, die uns die Botschaft ermittelt haben. Die Überwindung der alten Traditionen, die in einer Zeit der Primitivität entstanden sind, ist ebenfalls eine Voraussetzung. Der Glaube an einen mystischen Gott sollte durch die Wissenschaft ersetzt werden, und zwar objektive Wissenschaft, die nicht im Dienst einer wirtschaftlichen Lobby steht. Alle technischen Errungenschaften der Menschheit sollten in deren Dienst gestellt werden. Durch Verlagerung der Arbeit auf Roboter, wo dies möglich ist, können Menschen entlastet werden und sich entfalten. Das heißt, das tun, was ihren Vorlieben und Talenten entspricht. Die Elohim geben uns auch Anleitungen, um ein glückliches Leben führen zu können. Da sie uns Menschen erschaffen haben, wissen sie auch genau, wie wir wirklich funktionieren. Im Buch Die sinnliche Meditation erhalten wir diese Anleitungen und Hilfestellung. Rahel hat auch deswegen die jährlich stattfindenden Seminare mit dem Titel Happiness Academy ins Leben gerufen. Diese finden auf jedem Kontinent der Erde eine Woche lang statt. Die Elohim warnen uns auch vor dem drohenden Untergang der Menschheit. Da wir uns im Zeitalter der Apokalypse, was auch Offenbarung bedeutet, befinden. Das Zeitalter der Offenbarung ist angebrochen und wir wurden durch die Botschaft aufgeklärt. Es wurde uns alles offenbart, was früher nicht bekannt gegeben werden konnte und nicht verstanden wurde. Rahel ist der letzte der Propheten, der Buddha der Zukunft, Maitreya. Nichts anderes bedeutet Maitreya, Buddha der Zukunft. Er hat die Aufgabe, uns vor dem Untergang zu bewahren und auf die Menschheit einzuwirken, damit diese in Frieden, Harmonie und Liebe leben kann. Ein wichtiges Ziel auf dem Weg dorthin ist die Vernichtung aller Atomwaffen auf der Erde. Die Auswirkungen eines letzten Atomkriegs wurden ja schon in der Apokalypse des Johannes geschildert. Ein wichtiger Wunsch der Elohim ist der offizielle Kontakt mit den Menschen der Erde. Dafür soll ein Botschaftsgebäude auf neutralem Territorium errichtet werden. Jeder Staat der Erde kann sich dafür bewerben und dieses Territorium zur Verfügung stellen. Es sollte noch vor 2035 fertig errichtet sein. Verhandlungen mit einem interessierten Staat sind derzeit im Gange. Die Elohim kommen jedoch nur, wenn die Aggressivität überwunden ist. Um den Frieden auf der Erde herzustellen, hat Rahel die Aktion One Minute for Peace ins Leben gerufen. Eine Meditation, wo man sich auf den Frieden und die Liebe für alle Menschen konzentriert. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen die Wirksamkeit dieser Meditation. Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Rückgang von Gewalt und Verbrechen in dem Zeitraum, wo eine Friedensmeditation mit vielen hunderten Meditierenden stattgefunden hat. Die Elohim sagen auch, dass das die einzige Chance der Menschheit ist, um dem drohenden Untergang zu entkommen. So, meine Lieben, das war meine Vorstellung der Botschaften. Nächstes Mal gibt es etwas anderes, damit es nicht langweilig wird. Und vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören. Dann Нет. Zuhören. Zuhören.